Spooky, scary skeletons, speak with such a screech, you'll shriek and shudder in surprise when you hear these all they shrieking. Spooky, scary skeletons, and shivers down your spine, that shriek and skull will shut your soul and seal your kingdom nightlife. Spooky, scary skeletons... Tja, oh, ich bin ein, ich bin ein, ein, ein Farbanfänger. Ich hab mich jetzt schief mitbekommen. Nee. Weil ich 50 Teile bemalt hab. Ich find das gut, ich bin zufrieden. Oh, da kommt eine Insel. Große, kleine, kleine. Eine. Eine kleine Insel. Ich bin zufrieden, ich hör auf dem Mal. Mal mal, mein Kind, mal mal. Du hast ja eine gelbe Blume gepflanzt. Ja. Fertig? Nein. Ich find das gerade echt echt angenehm, so. Ich find das schon irgendwie hübsch, was ich da gemacht hab. Ja, 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 ja. Wär aber nicht. Doch, 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 doch. Wo ist das? Ja, wo ist das? Komm, wir müssen mal das Schnippschuss machen. Links oder rechts? Ey, was? Schnipp, schnipp? Ja, links oder rechts? Links, 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 links. Vermutlich. einmal wolle dann noch zwei eier aufheben wir sind hier so dicht an der insel willst du die mitnehmen gar nicht die war jenny glaube ich drunter wenn ich das genau über unter uns ist die pflanze also mal kurz erklärung natürlich nicht so ich habe mich jetzt ein bisschen kannst du mal aufnehmen ja leider ich bin leider zu voll geraten ich wollte mich nur mal so ein bisschen verewigen heute also ich werde natürlich nicht zu lassen nein das hat sich ausgemobst ja liebenswert es hat sich ausgemobst hier hast du dir jetzt schon rucksack gemacht nö sollte ich alles was gesagt was wir geben das wie viel wolle hast du denn schon hier ja du brauchst fünf glaube ich wenn du wollte eine schnell genug nach wächst rucksack wir brauchen noch leder dafür ach ja dann musst du noch schweine töten ne ja ja aber hauptsache mit aufkommen was ich von dir möchte das was hier mitnimmst was was war das jetzt ich tue jetzt hier die eine scheiß das will ich nicht haben das gehitte bin ich rein der high beißt was hast du gemacht ich habe da eine muschel reingeschmissen warum weil ich nicht weiß wo die hinkommt weil ich steine in die steinchen gehste so ich geh dann mal runter und die flasche nein ich bin runter gefallen ich bin durch diesen scheiß anker gefallen durch diesen anker durch diesen scheiß farbtupf dingsbums kasten scheiß gedönsdings mann mann du weißt dass da ein loch ist nein jetzt lass mich in ruhe machen wir langweilig jetzt tun weg geräumt habe brauche ich schalen fürs essen dein ernst ist das leben nicht wunderbar ich weiß gar nicht wohin frau laut der wunderbaritäten wunderbaritäten wo hast denn das jetzt schon wieder geklaut bist neidisch ja total ich wollte ton haben essen schale jetzt vier stück erstmal reichen das können wir schalen essen sollte schalen leer machen voll machen ja das auch das soll natürlich vor dem leermachen passieren muss ich dir alles beibringen vor allem du mir wir reden noch mal ne was tust du dir freiwillig an ich komme nicht drum herum du bist mein kind überlegst du noch hast du die chance zu gehen ich habe ein problem das kann man hofft mehr ein doppeltes problem wenn sich high und durst das ist bedauerlich ich mache schon mal bei dieses tillen lerne solltest du nicht tun das beide voll machen ja sein hundern schon wie ein ei gelegt wo ist das heilchen der markt der kommt und ich bin jetzt am verdursten du bist so ein ja herzlichen glückwunsch hast du schon einen neuen haken gemacht ja den brauche ich nicht der ist noch gut ich sterbe hier wirklich jetzt geht es dir gut nein es tut mir leid bock 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 und schon wieder ein hum gelegt ach ne ein ei gelegt gelegt wer sagt denn nicht dass das erste ei nicht ein hum gelegt hat schon andersrum ach ne die diskussion werde ich mit dir jetzt nicht führen ach komm durch hier wasser ja nein ja schon aber nicht mit dir ja dann also dann wird doch Zeit oder nicht ach ich sterb hier immer noch ach wasser wasser lieber spät als nie keine irgendwie ist hier nicht so viel da ist genug sieh zu au ja da ist er und der ist er ich habe sie gesehen hier ist das los bisschen rum nö ich glaube nicht naja um so eine kleine insel ist man schnell rum mit den drei flossen bist du schneller als der hai ja ich weiß deswegen kannst du ihn auch so schön töten oh jetzt krieg ich hunge ach na das ist ja bedauerlich das tut mir so richtig leid oh ähm du nein du bist tot nein noch nicht noch nicht bist du tot nein kaputt tada stell dir vor du hättest die rolle jetzt dahin ich habe keinen haken das ist eher kein kein spieß ja ich meine er ist auch gleich kaputt zweimal piekst noch eine möwe oder so und dann bin ich tot ach so du nee klick mal hier planken rein ja da oben ist essen ich will es aber warm essen lass mich da ist warmes essen guck süppchen zu süppchen essen nö hast du schon in der hand na na okay hast mich gerettet sei froh ich rette fast jedes meiner kinder jetzt ist der haihappen fertig jetzt will ich nicht mehr da nehmen wir den kalten von oben da nehmen wir den kalten von oben da nehmen wir den kalten von oben bist du schon fertig unten? nein die denn? na mit links jetzt heißt der auf meine rechte mit links dein schaf könnte dein lama könnte auch mal wieder geschoren ich habe keine zahl für meine tiere für meine türen dann schaff dir keine an das habe ich schon mal gehört in die nicht nur einmal ja manfred manfred man aber mich gepackt du hättest das ist doch hell wenn du jetzt eine stirnlampe hätte ist, ne? Okay, dann hättest du keine Sauerstoffflasche. Ja. Dein Ernst, in rosa. Ich krieg hier echt die Money. Das ist unfassbar. Jeder, dem es gefällt, bitte ein Like oder ein Abo dalassen. Dankeschön. Und dann werden wir ihr zeigen, dass sie Unrecht hat. Pink ist eine schöne Farbe. Sie ist wunderhübsch. Helft mir diese Botschaft zu verbreiten. Und wer da nicht einverstanden mit ist, der lässt man Kommi da. Das ist überhaupt kein Problem. Bei jedem Like eine Wand mehr. Aber das ist übelster Scheiß, ganz ehrlich. Das ist Clickbait. Ja, das würde ich nie im Leben nicht bringen, ganz ehrlich nicht. Das würde mir so in der Seele leid tun, ehrlich. Das ist Business. Dann bin ich dafür nicht geeignet, ganz einfach. Das würdest du nicht tun, oder? Du hast für jedes Like eine Wand mehr. Nein, aber so jetzt, so agieren wirklich. Im richtigen. Im richtigen? Also so, so, so. Natürlich nicht. Entweder dir gefällt das Video oder nicht. Das meine ich. Ich wollte kurz sagen, so habe ich dich nicht erzogen. Nein, nein. Alles gut. Hallo. Oh. Oh, jetzt ist das Fluss. Aber die Idee ist schon nicht schlecht. Ja. Könnt ihr auch machen. Auf Twitch. Für jede donation von mindestens fünf Euro mache ich das ganze Fluss. Zu einer anderen Farbe. Ne, wenn, 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 wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr für jede 10 Euro Donation, ich zerstöre euch Kalle, kommt sein komplettes Fluss. Bis auf eine Foundation. Oha. Oha. Ganz schön gemein, ne? Clickbait, ne? Nennt man das. Ja. Haben wir Planken? Weiß nicht. Ähm, wenn ihr, ähm, wenn ihr, ähm, hier sind außen, ist ja so inzwischen so ein bisschen altes Metallzeug. So ein altes Vor am Endeffekt. Ja. Ist das dann auch irgendwo eine Kiste? Ja. Wo denn? Oben oder unten. Entweder über oder unter Wasser. Na, super. Ja, was soll ich dir sagen? Du wolltest es doch wissen, oder nicht? Ja, dann wird es über Wasser sein. Ich gehe mit meinen Flossen nach oben und warte da mal hoch. Vielleicht klebe ich ja dann an der Wende. Okay, ich gehe ohne Flossen. Oh, ich habe ganz viele Blumen. Noch. Dein Ernst? Nein, 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 alles gut. Ach, deine Kiste? Sag ich doch. Oha. Davon rede ich doch seit zwei Stunden. Da waren sieben Planken drinnen. Wow. Das hat sich gelohnt. Ja. Oh, ähm. Was denn? Ach, hier liegen so ein paar Mangosahmen rum. Ach, Sahmen, die hast du genug. Die hast du genug. Im Übrigen, ähm, warum machst du dir keine Salbe? Eine Salbe? Mhm. Wenn der Hai dich angreift, dann kannst du dir eine Salbe einschmieren und dann bist du wieder... ...toppy fit. Kann ich ihm seine Augen schmieren, dann sieht er mich nicht mehr. Du weißt schon, dass ich das vollkommen ernst meine. Ja, aber das ist halt so oft für mich jetzt auch nicht. Geht schon. Ja, aber falls du jetzt auch demnächst mal wieder alleine bist... Ja, das ist... Bis dahin überlege ich mir noch eine richtige Survival-Methode gegen den Hai. Ich hab ja gar keine Chancen mehr, mich zu treffen. Halt den Montuhuhn. Das ist ein Dodo. Macht aber Gokok. Macht aber Gokok. Oh, scheiße. Macht aber Gokok. Kann ich dir ein bisschen Hai hinwerfen? Ja, bitte. Komm mal. Wie viel? Vier, okay. Das war ein ganzer Hai. Ja, der ist schön. Ah ja, ich bin auch gleich ein ganzer Kalle. Ein Stückchen. So, ein Hai. Also wirklich. Wir müssen reden. Der Hai und du oder was? Ja. Okay. Großer. Ja. Ja, wo bist du? Du Feigling. Da. Wir müssen langsam mal weiter. Warum? Nein! Oh, ich bin schon wieder in diese blöde Tonne gef... Boah, geht mir das auf die Sack. Je, der Hai sieht ja von innen voll eklig aus. Ja, was glaubst du, wie du von innen aussiehst? Merke. Ich kann ihm in den Mund stechen von innen. Oh, ich hab den Meeresgrund gefunden. Mhm. Ich bin da wieder hoch. Ich hab Angst. Du stirbst. Na. 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 Komm bitte. Hoch, hoch, hoch. Komm bitte hoch, 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 hoch. Meister bitte. Halbes Leben weg. Kann ich nicht? What. Weil, du dein mit schwimmen kannst. warum müssen wir denn weiter weil wir kein holz mehr haben dann leiden los nein hast du die palmen von oben nein hast du nicht da sind drei große palmen wir haben jetzt so viel holz und außerdem haben wir doch heute oben haben wir 38 planken und hier fehlen zwei dings zwei foundation ja dann mache ich die wieder wieder dahin kein problem aber merkt er mir nicht wegen planken anwender welche sind hier habe ich mir nicht getraut zu nehmen weil die das blöde schluss dauernd reparieren muss nein nicht in mainz und bist du da ohne masker wir voll das aber nicht nein ich habe leer gemacht damit ich meine pflanzen ließen kann okay dein huhn hat ein ei gelegt und ich bin dafür durst nie am verhung ein aus schuldigung das ist ein dodo was erinnert nein alles gut alles gut ich habe mal auf hast du nicht was was habe ich gemacht was jetzt ich werde noch eine destille bauen die versteckt von mir unfassbar unfassbar aber ich bin schnell fast durch wo ist denn der ganze hai hier hin der frisst mir das essen aus dem pot das ist doch unfassbar du brauchst gar nicht um die ecke gucken du musst denn da eine hai noch essen soll ich neun haie holen nein ich musste aber auch mal was essen was wollte ich denn jetzt machen das fluss reparieren stimmt da war ja was wo ist denn das ganze fluss denn was muss denn die ganze zeit ach mal fluss man hat auch gefühle toll dass ich das mal sage ich habe keinen kunststoff mehr was nein ich habe gerade kunststoff benutzt ich hole gar nicht weil ich gerade schwimme ich mal schnell rüber schwimme ich mal schnell rüber was jetzt aber mhm gleich ein anker runter ach ne ne vergiss ich habe gar keine saustoffflasche mehr ne geht nicht du jetzt bin ich verwöhnt was wollt ihr jetzt hier an dem essen machen geht weg meine versorgung Leute man kann die möwen auch nicht davon abhalten ne ne tatsächlich nicht also ich hab auch noch ich hab auch jetzt schon ganz oft nachgegoogelt ich hab bei keinem die möglichkeit gelesen dauerhaft die möwen abzuhalten ja wie gesagt wir haben sie ein wir haben das ganze zeug eingebaut tatsächlich ja mit holz also wir haben ein holzgewächshaus gemacht und es hat nichts gebracht hm was brauchst du eine saustoffflasche ja damit ich wieder alle dings anlegen kann hm bin ich bei cool ja was wollte ich noch machen ist hier eine pfeile oder kontrolliere lieber alles ja ich bin gerade dabei ja ich bin gerade dabei scheint derzeit alles gut zu sein ähm mir fehlen noch drei glibber dann kann ich die geben ja das zeug haben wir dafür noch ein bisschen ja habe meine blume geerntet ich habe einen Samenbein rausbekommen ja siehste vielleicht mal eine neue pflanze sonst wird das natürlich auch kannst du bitte mal Tonschalen machen vier stück oder acht stück ja ui krass krass also meinst du jetzt dreimal craften oder drei stück einmal sind vier ja also machst du dreimal vier genau zweimal 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 vier bitti ja zu spät habe ich schon dreimal vier sagst vier stück ja dann sind aber nur einmal ja danke deinen hunderten eigentlich hast du dir die Suppe hier raus geklaut ich habe dir elf Schalen geworfen ach ne der beim Anker fehlt auch noch Flo ja ich guck mal boah du hast recht erklär mich nicht für bescheuert ähm ok oh du bist reingefallen erst mal saß und zwanzig habe ich die Ecke zugemacht hallo 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 juhu ja ich habe ihr auch zugemacht was hehehe 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 nicht mein Herz aua ah dann hi das ist ja bedauerlich hallo hier hinten ist noch ne Ecke frei ich bin ja da, so ist ja nicht aber war ein Speer im Kopf gehabt? joa öfter ach genau das wollte ich machen ja neun Haken neun Speer licht äh sauerstoffflasche fertig wo bist du oben kannst du in die eine Kiste hier kommt zwei hier kommt zwei und ich habe keinen Haken zwei Fässer was wo denn? hier da zwei ich habe keinen Haken ich habe leider gar keinen Haken ich habe leider gar keinen Haken Signorina ne eine sauerstoffflasche kann oben unter dein Bett du ok und das Bett guck mal hier hin ja guck mal in die Rübenkiste rein sag mir bitte warum du was getan hast warum ich was getan habe? in die Rübenkiste in die Rübenkiste in die Rübenkiste weiß ich nicht wie du das getan hast ja der Hai hat abgefressen Hei ist rot soll ich Anker runterlassen? wofür? kannst du es so? schaffst du es so? schaffst du es so? ja locker entspannen ich ich bin entspannt tief entspannt geh aus meinem Beete suchen Andi das ist das Blümchen das kannst du nehmen oi Kannst du mal aus meinem Beete gehen? Dein Lama hat mich gelegt warte ja warte mal hier danke achja weißt du was das schöne ist? ne ich geh jetzt an die Distillen und die sind voll soll ich das mal ändern? nein das geht schnell das geht ganz ganz schnell weißt du was ich schon lange nicht mehr gemacht habe? na ja ja weil deine Fische sowieso dazu sage ich nix oh das ist was ganz wichtiges hast du gerade gesagt das ist was ganz wichtiges? nein hier kommt mir was gecraftet mir ein Pflaster oder was? das nenne viel viel wichtiger ach ja guck mal beim Anker guck mal beim Anker Anker, Anker du hast ja jetzt nicht zugemacht nein neben dem Anker ach ne Fahne hast du da gemacht ein Wimpel ja 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 nimm mal die gelbe Blume ist noch nix warte Toter Vogel ha 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 dankeschön du bist ein Toter Vogel oh das ist auch ganz wichtig oh das ist auch ganz wichtig hier passt das gut hier ich bin hier ich bin warte im Bis zum nächsten Mal.